Hallo. Bin ich dieses Jahr auf den Splash gebucht? Die haben gefragt, wann ein neues Album rauskommt. Im September. Gut. Wir sagen denen April, Mai. Dann bestätigen die uns das. Und dann können wir immer noch auf September verschieben. Und denen sogar noch sagen, dass sie dich nächstes Jahr buchen sollen. Die beste Booking-Agentur. Danke.